Oh mein Gott, das ist so schön! Oh mein Gott, das ist so schön! Oh mein Gott, das ist so schön! Wir haben dich wirklich fresh gehört, was? Ich weiß nicht! Nicht so wie hier, wir brauchen ja immer noch! Ist das nicht schön, ihr Lieben! Also Silvester hier über dem Bratburger Tor ist schon extra Tradition geworden, oder? Ja, ich find's super! Voll imitiert! Sind sie nicht süß? Also in Gröser geht's kaum! Ich find's auch! Oh, das geht! So, du hast jetzt aber keine Sportart, wo du jetzt sagst, die könnte überall was sein! Äh, C, schwimmen zum Sport? Ja, ne? Ja, dann schwimmen! Schwimmen ist so nötig, natürlich ist ja so Sport! Oh Gott, hier ist die beste Sportart! Welcher Typ? Eigentlich schon, aber ein bisschen so zur zweiten Hälfte von 2019 vernachlässigt! Sicherflächen unter deinem Fitnessstudio! Wir reden an jemanden, der leider heute nicht hier ist, oder? Das ist doch alles schön! Ja, er wird sagen... Mike! Wenn er jetzt zuschauen würde! Ich mag gesund bleiben! Meine Familie und ich! Wirklich! Weil alles andere ist in Ordnung! Alles andere ist okay! Das ist doch auch schön! Einfach mal so was sagen! Und wir sind auch, oder? Ja, wir sind auch glücklich! So, cheers! Aber du und ich Mike! Herrlich, herrlich! Ich finde auch, du bist ein guter Kuppler! Du könntest auch sogar Date-Doktor werden! Ich bin der Wingman! Der Wingman! Sehr, sehr schön! Um noch so ein bisschen auf das neue Jahr zu gucken! Jetzt nach Kolumbien! Um gelbe Unterwäsche zu tragen nächstes Jahr! Ich nach Mexiko! Wie sieht's bei dir aus, Jay? Ich würde gerne mal wieder in die Heimat, nach Rheingland! Weihnachten in London nächstes Jahr! Ist ja auch nicht so weit! Aber bitte bricht dir nicht die Beine! Wir brauchen dich nächstes Jahr wieder an dieser Stelle! Ja, da kriegen wir bestimmt hin! Trampolinspring! Wow! Ey, das ist voll der große Sport, Leute! Ich würde gerne so einen Parkour machen! Weißt du, so wie bei... Ja, so... Ich hab das Gefühl, das Feuerwerk... Nimm gerade noch mal so ein paar Minuten... Ist das schön! Das ist echt... Das ist eigentlich total traurig, dass dieses Feuerwerk Trauerweiter ist, weil es so schön ist! Ja, eigentlich ein bisschen doof mit Trauerweiter, ne? Wo ist David Hasselhoff, wenn man ihn braucht? Ja... Du kannst ja... Komm, du kannst ein bisschen für uns singen, Jay! Ja... 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 Ich glaube, wir sollten nächstes Jahr, ähm... Sag mal, wenn wir zur 14. Quartet... Wir können ja mal im Endeffekt... Sitz,written hier... Okay, bearbeitet, ja... Ich bin gespannt. Ich habe schon die ganze Zeit darüber nachgedacht, was da wohl drin sein könnte. Ja, aber was soll da drin sein? Was wünschst du dir? Ich hoffe, ganz viel Versautes. Ich dachte so kurz... Vorsichtig! Sie hatte schon zwei Sekunden. Halte die jetzt, ja? Okay, pass auf. Ich gebe euch mal das Mikro, wenn ihr mich erschlägt. Und kuscheln langsam. Bisschen sentimental wird man, glaube ich, schon. An Silvester... Steh ich hier die ganze Zeit mit diesem Ding aufpassen. Steh, du bist einfach heiratet. Ja, aber ich bin tatsächlich im nächsten Jahr geheiratet. Du warst ja im nächsten Jahr geheiratet. Du warst ja. Du warst ja. Ja, jetzt fallen du das, werst du Editori und wie ich erwarte alles. Vielen Dank.